Ist schon am laufend, Freunde. Ja dann, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Left 4 Dead 2. Mit dabei sind wieder die Jungs von Super Left 4 Games und zwar der Dave und der Kai. Ebenfalls mit dabei ist der DK-Money-Schüssel und ich, der Eddy von Lappenplay. Hey Eddy! Hi! Adi, hallo! Juhu! Wieder ein paar, weg, weg, weg! Nee, Alter! Ganz gut! Smoker, Smoker! Auf dem Dach! Ja, ich hole ihn. Einen Moment. Ja, dann muss ich ihn nochmal zurück. Hau rein. Ja, ich folg dir. Nee, nee, hier müsste theoretisch nix kommen. Brauch's nicht, unbedingt. Ja, das sagst du so leicht. Okay, gab's hier kein einziger Pack? Shotgun, 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 haben wir Shotguns. Ah, kannst du jetzt mal stillhalten? Ich muss dich verarsten. Mann, 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 Mann. Ich kann nur Zombies packen, aber wir nicht. Danke. Hm, kannst. Slug-Stock. Ha, guck mal. Slug-Stock. Weißt du, das könnte der Stock von euch sein. Weil ist ja SL4G und das ist ja Lead für Slug. Weißt du? Verstehst du? Ja. Please shut the fuck up. Böööööööööh. Ich versteh ihn, Annie. Danke, Kai. Du bist mein neuer bester Freund. Nee, so nicht. Oh, Mann. Boah, Alter, echt jetzt? Ich muss mich ein bisschen hier umsehen. Wow, was fliegt denn jetzt schon in der Luft? Hier fliegt alles in die Luft. Surprise, motherfucker! Don't ride, motherfucker! Da hat der Boomer Boom gemacht. Das sind die Jetpiloten von gerade. Wir begleiten uns hier ein bisschen. Gastauftritt. Eigentlich hatten die eine eigene Show. Wir bomben euch zusammen. Da wird eine Witch! Ja. Also hier drin wäre schon leicht asozial. Ja. Aber ich meine die, ich höre sie. Oh! Oh! Schau, schau! Heute weiß ich nicht. Heute... Smoke kommt. Hab ihn. Okay, danke. Die ist hier drin, oder? Wo? Ich sehe sie nicht. Ja, die ist wahrscheinlich oben irgendwo. Ich hab Klavier gespielt. Ach, Mann ey. Fuck! Ja, toll. Ja, ich kann jetzt eben nicht rein. Oh, Laser-Visier. Incoming! Hier ist eine Bratpfanne. Oh! Geil! Oh! Oh! Boah, wie die Kugeln abfallen bei den Jeepen. Ja! Ja! Jockey! Jockey! Super nice! 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 Ja... Ja... Da waren noch Zeiten. Weißt du noch damals, dass alles nice war? Oh, shut up! Ey! Ja, genau. Ich hab das durch die Wand sogar noch gespürt. Okay. Hier ist die links in der Ecke. Ja, da ist die. Ja, da ist die. Da müssen wir aber glaube ich hin, ne? Ja. Ja... Ja, ja. Ich weiss schon bescheid! Bleib locker! Sehr verbunden! So.. Machete... Machete. Machete! Machete. Machete! 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 hier ist eine gitarre und ein bett ja und noch eine waffe und hier ist anorenalin und eine kettensäge wer möchtet? hier ist slice and dicing hier, ach vom indy da rum mr warten wir mal auf den hilf und war aber als erstes oben ja, so muss er doch oh bum bum, jawollah ich darf mir auch lieber mal ein gewehr hier mit ich glaube besser ist es besser ist dann, wa? ja oh nee, oh nee, oh nee oh ist das die stelle die ich meine? ja, welche meinst du? ich weiß nicht wow wow das ist die jetzt auf jeden fall wo man den traktor von links nach rechts schieben müssen oder fahren lassen müssen ja und das ist ein bisschen laut, ne? ja, genau und eigentlich die fester die hier oben waren hätten wir benutzen sollen um die gegner ja weil ich glaube hier kommen auch ein paar tanks ja, ich glaube das ist random halt also bis jetzt, also ich hab das ich hab das mehrmals gespielt und eigentlich waren hier immer tanks immer ja, gut, ja kann gut sein, hier ist auch ne gute tankstelle, ne? ja haben so sheet angestellt, gib aus den tank hm wir brauchen gas tank für den zombie tank hunter hunter wie geil war das denn ey, wer kam wie so ein ich bin hier total eingekestet ich bin hier total eingekestet wie so ein Flughörnchen kam der an wie so ein Flughörnchen kam der an denn ist das tot ja, ich weiß Charger Och, Quatsch gerade nach dafür ist jetzt echt keine Zeit, Mann, los hoch, steh auf ja, danke ok, ich hab's ich hab's schon geschafft hier der Molotov war nice ja, ich weiß war ein meiner gewesen und das heißt nicht Oh, Jockey alles einsteigen renn ins Feuer Jockeys mögen kein Feuer Achtung Warte ab hier Ja Charger Mann Wir können ruhig schon mal noch Richtung hochlaufen, ne? Ja, ich bleib ziemlich eng ich kippe Ah, ok Mein Gott ey, was ist hier los, ey? Ja, scheiße aufm Dach Steh den nicht Ich streff die Zunge nicht Ja Schieß auf die Zunge, das reicht auch meistens Ich hab' ihn grad gesehen Was draufgegangen, ne? Boah, wir sind alle fast tot Ja Aber nur noch, Dennis hat nen Medikit Ja, wir können hier hoch Ja, du bist schuld Dennis, ey Teil mal dein Medikit, ey Mit uns allen G descrição Ja da ist der zwei Voller Eight Nein Wo müssen wir jetzt hin? Hier oben Ja, okay, ja, stimmt okay Creative Oh, 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 oh. Oh, maaaan. Dave, ey, lauf doch mal mit. Sei doch mal ein Mitläufer hier. Ach, jemand, der sich so scheiße fühlt. Okay, aber hier müsste ja gleich eigentlich eine Safe-Room sein. Oder eine Ketchup-Tüte. Och, ja. Guck mal, hier liegt ganz viel Ketchup auf dem Boden. Äh. Boxhandschuhe auch wieder. Ich höre hier einen Boomer. Da ist ein Heilkasten. Mit einem Medi-Pick drin. Ne, jetzt zwei. Hast du auch eins bekommen? Ja. Okay. Danke. Wer hat er jetzt erst mal? Oh yeah, Medi-Pick gefunden. Du auch eins? Ja, cool. Ja, sauber. Wir sind im Haus. Oh, nice. Ich wollte Eddie verfolgen. Er hatte... Boomer gehört. Ja, ich hab ja irgendwo ein Boomer gehört. Ja, ich sehe, er hat ihn bis dato aber noch nicht gesieht. Aber jetzt höre ich ihn auch. Manneshoff. Cool. Ja, der ist irgendwo oben. Soll er da bleiben. Na, ich glaube, wir müssen da zu ihm, ne? Oh ne, echt jetzt? Nein, kann er nicht sagen. Oder wir gehen hier in das Haus. Dann gehen wir hier in das Haus. Aber hier höre ich einen Jockey. Okay. Ey, was haben die mit ihren Box-Anschuhen in diesem Level? Echt ohne Witz. An jeder verfickten Ecke. Das ist ja reingemodelt. Das ist ja normalerweise was anderes. Wollte grad sagen, ich sehe nämlich noch nicht einmal einen Box-Anschuh. Ja, ich habe auch bis jetzt noch keinen gesehen. Dave. Smoker? Ja. Stimmt bei uns hinter dir die Motte. Hab's vergessen. Oh, 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 oh. Und Charter draussen. Oh, danke. Oh, danke. Oh, danke. Ich muss aber schnell mal den safe umfinden, ne? Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, Sven, brauchst mich nicht halt jetzt extra. Machst du nicht. Machst du nicht. Schlagstock. Ja, gut, und nicht. Rechte ich halt nicht. Ja. Gitarre. Gitarre. Oh, da ist Munition hier unten. Ich glaube, hier müssen wir nicht rüber, oder? Nee. Nee, natürlich nicht. Toll. Ich bin schon, wenn ich hier runterfalle. So wie Dennis, oh Mann. Komm schon. Oh, yeah. Doch, wir müssen hier runter. Echt? Auf jeden Fall ist da Munition. Nee, guck mal hier an der Wand. Das Symbol vom Safehaus. Ja, okay, stimmt. Okay, ich bleib mal so zwischen euch. Hier müssen wir halt. Oma. Flughörnchen. Ernst hat, wie gesagt, noch niemals so ein Flughörnchen-Skin von dem gemacht. Gib's unser Pro im Flughörnchen-Skin. Meinst du? Honda Pro. Honda Pro. Honda Pro. Oh, denk dran. Autos unter Alarm. Dennis? Oh Mann. Ich oder was? Vorsicht, da ist das Auto. Oh, loo. Oh, Dennis. Was? Scheiß Schrotchen, Mann. Verdammt. Kalt ist er auf dem Tank da rum. Ich weiß nicht, wir haben Dennis mit. Ja, sorry. Ich dachte eigentlich, das wäre ganz cool so, da wo ich bin, weil der hat mich bis dazu nicht getroffen. Ja, ja, ich weiß. Wäre ja auch cool gewesen. Oh Gott. Splitter. Splitter, ja. Direkt rum. Oh, ne, der hat uns den Weg verschwert. Der Arsch. Der Weg ist frei. Lade. Sieht wie ein Schutzraum aus davon. Oh, jetzt habe ich auch keinen Schuss mehr. Oh mein Gott. Ein da. Boah. Ja, nice. Nice, nice, nice. Oh Gott, jetzt kommt die Brücke, ne? Scheiße. Jetzt kommt die Brücke. Boah, fuck, ey. Letzter Teil, ne? Jetzt kommt der letzte Teil. Ja, das ist der letzte Teil. Ey, ich habe so schlechte Erinnerungen an die Brücke, ne? Scheiße, ey. Ich habe so schlechte Erinnerungen an Biss- und Alarmerlagen. Ja, kann ich bestätigen. Oh Mann, ey. Scheiße. Immer geht einer bei drauf. Hm. Na, diesmal war es ja dann auch ganz gut. Noch, ja. Da ist ja diesmal keiner drauf gegangen. Ja, bis jetzt. Bis jetzt richtig. Eine Frage der Zeit. So. Ja, aber ich habe echt sehr, sehr schlechte Erinnerungen an die Brücke. Ja. Ja. Das wird so fies, weil irgendwie sind da so, so quasi ansatzweise Jump-Passagen. Oh, aber hier ist alles dabei. Hier sind, hier oben ist nochmal, äh, Medipacks, ne? Medipacks. Ja. Und, äh, Rohrbomben. Mal heilen, ne? Molotow-Cocktail. Ah, da unten. Jo, ist recht. Ja. Molotow. Jawollah. Die Bude brennt. Also Molotow ist am besten nur bei Tanks benutzen, ne? Ja. Halt dich nochmal. Halt dich nochmal und nimm dann Medipack hier mit. Ich will das hier aufmachen. Warum? Kannst du nicht. Weil da ein Schloss vor ist und wahrscheinlich ist das ganz cool, was da drin ist. Ja, wahrscheinlich. Das sind Sicherungsgassen. Haha. Hallo? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Hey. Hey, lebst du noch? Hey. Hey, Kumpel. Vier Leute, die Hilfe brauchen, Sir. Weißt du, auf den zuzuspammen siehst du auch, dass der am Pennen ist. Ey, der hat ne harte Nacht hinter sich und du quatschst einfach voll, ey. Ey, sorry, ey. Sorry, Kumpel. Ey, reicht jetzt mit dir, ne? Lass den doch mal jetzt. Mann, 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 Mann. Oh, da macht schon ein bisschen, sehr viel kracht die Brücke hier, ne? Hä? Hä? Die Brücke. Versteh dich nicht. Gewitter. Wo ist das Gewitter? Boah. Die Gewitter-Omi ist die beste. Ja. Bitter. Äh, Charger. Schlitter und Charger für dich. Sehr schön. Sehr gut. Ja, bis, ihr, bis noch, bis noch, bis jetzt läuft das. Bis noch läuft das. Bis noch läuft das. Oh, der ist voll gegen die Decke geflogen. Jo. Die kuscheln jetzt hier, Stellung 69. Jockey? Oh, ja. Komm mal, komm mal, komm mal. Ah, danke. Ja, noch was? Noch einer, ja. Ne, Smoker, ja. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Na, langsam geht mir die Muni aus, ja. Ja, warum nehmt ihr auch nicht erstmal die Sekundärwaffe? Warum? Weil Dave das nie benutzt. Ja. Oh. Der ist runtergefallen. Der ist runtergefallen. Der ist runtergefallen. Ich bin fast doof. Wie bei Payday. Ja, Alter, vergleichst du jetzt aber Äpfel mit Beeren, ey. Du hast Level 85, Prestige 2, was weiß ich was. Und ich 53 oder so. Ja, das hat ja in den ersten Levels zu tun. Und dann kriegst du auch noch Waffen-Upgrade und ich nicht, also bitte. Ja, aber das liegt jetzt einfach an deinem persönlichen Unvermögen, gute Karten zu ziehen. Halte, Knauze. Halte, Knauze. Jockey. Ey, der hat mich beide umgegangen, nur um... Krass. Splitter. Oh, shit, 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 shit. Splitter down. Dennis, Dennis wollte die Brücke verlassen. Ja, ich wollte die Wasser springen. Oh, Smoker, 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 Smoker. Lass dich schon, bleib cool. Okay, habt ihr hoch? Oh, 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 oh. Da hätte ich fast einen Abgang gemacht. Äh, ich höre einen Gollum. Incoming. Hier sind Waffen. Da ist ein Hunter. Ja, einfach wegfliegt. Ja, ich werde nur in der Luft abnehmen. Das sah richtig gut aus. Ja, das sah richtig gut aus. Okay, Mann. Ich fähr von der Pipe raus. Weil da hinten im Wagen schiebt's aus, das fährt er noch Monster, was? Dennis, kommst du? Oh, Munition hier. Ist voll gekotzt. Oh, Dennis ist voll gekotzt. Jo. Ja, vor allem von hinten kommen jetzt gerade auch ein paar Monster. Komm hier rein, in den Trakt einmal hoch und dritt nach hinten springen. Ja, okay. Oder nicht. Hat der Dennis halt nicht nötig. Achso. Weil der Dennis da stellt sich sein. Oh, take, take, take. Oh, was? Du hast einen Steinfarkot. Achso. Jetzt kommen Autos. Mein Gott. Oh. Oh, jetzt kriegt ein Auto ja noch ab, ey. Oh, mein Gott. Oh, jetzt hätten wir weiter noch den Depp. Ja, der ist down. Der ist down. Der hat mir so eine Bud Spencer-Bugpfeife verpasst. Ja. Smoker. Sehr schön. Incoming. Gott, man will jetzt mir nur den Rückengang genießen und dann sowas, ey. Ja. Dann hast du mal eben einen Spaziergang hier, ne? Mit deinen besten Freunden und dann kriegst du aufs Maul. Da kommen solche Hooligans hier, ey. Ja. Werfen hier einfach mal so ein paar Autos um und so. Komisches Spiel. Ja, aber schon so Frechheit. Unverschämt halt. Unverschämt halt. Unverschämt halt. Ja, der kommt hier aber nicht rein. Hahaha. Harmonie. Glitter. Los. Wo geht's denn hier hoch? Hier hinten, da wo das Glitter war. Ah, ja. I see, I see, I see. I see. I see. Mein Gott, ey. Fuck. Auch hier. Weg runter. Jawollah. Ey, komm, aber ich noch einige, ey. Ich muss mich mal langsam eilen. Ich auch. Ja, mach das mal. Obwohl, hättest du es ja machen können da, als wir in diesem Container waren. Ich war ja in diesem Container, ich war draußen. Ja, ey. Ich glaub, die haben auch ja gesagt. Keiner mit ne Pipebop oder sowas? Ne, leider nicht mehr. Ich hab noch eine. Ja, werfen wir nach vorne? Genau, so. 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 Ich hab mich wieder einmal. Boah, meine Platte ist schon wieder voll, ey. Ich glaub das nicht. Schon wieder? Ja. Was machst du denn immer? Ich hatte schon nur 12 GB, hab ich schon gedacht, eh, 3. Ist doch nix. Rein in den Heli, rein in den Heli! Der Heli ist ne Lüge! Get to the chopper! Get to the chopper! Now! Wo geht's dir? Oh, nochmal Munition. Oh nein, hier ist Tank. Dennis, schaffst du? Hier ist Tank. Natürlich ist hier ein Tank. Ja, natürlich ist das nicht. Okay, 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 okay. Ah, kommt schon. Weg, weg, weg. Los Leute, los! Sag mal! Ficken! Ab rein hier. Au! Eddie, du bist neben dem Hufschrauber gelandet. Nein, du bist neben dem Hufschrauber gelandet. Komm rein! Jei! Ficken, ey! Los bei dir! Boah, endlich, ey! Ja, lecko, Fifi, ey! Also, wenn das kein Finale ist, dann war sie auch nicht. Jawollah! Jawollah! Jawoll! Nice! Wieder durch hier. Ja. Und noch nicht mal ne Stunde für gebraucht. Ja. Supi! Ja, toll! Mhm! Guck mal, keine Todesfälle. Dennis am wenigsten außer Gefecht. Und Kai hat am meisten die Verbandsbänder abgezogen. Mhm. Weil ich auch jedes Mal von diesem scheiß Viecher angezogen habe. Maltosius. 8. Ich. Nahkampfkill 285. So lobe ich mir das. Ja. Getötete Hunter. Ich. Getötete Boomer. Ich. Getötete Smoker. Ich. Getötete Charger. Ich. Verdammt. Ich. Musste teilen mit Dave. Dave? Ich bin Eddie. Ju. Die meisten Verbündeten gehalt ich. Hat am meisten Verbündeten getroffen. Am wenigsten Verbündeten getroffen. Ich. Am meisten getroffen. Dave. Ja mein Gott. Ihr wart halt im Weg. Ja. Präzision. Am meisten. Muah. Schön. Super. Kopfschüsse. Muah. Schön. Super. Freust dich jetzt. Noobs. Learn to play. Ne. Ob wir jetzt wirklich gelernt haben zu playen. Werden wir sehen wenn es wieder heißt. Left 4 Dead 2. Das Let's Play mit den Jungs von Super Left 4 Games. Und den von Lappenplay und dem DK Money Chisel. Ciao.